Musik Durch die Führung, die Pferde die ersten Sprünge unterm Sattel zu gewöhnen über die Freispringgasse, die ohnehin schon bekannt ist. Ihr kennt ja jetzt schon unsere Freispringreihe, das Pferd hat es ja schon mal gemacht. Am aller Einfachsten tun sich generell die Pferde auch im Laufe der Ausbildung, da sie ja doch immer wieder sehr viel Kontakt zu Bande suchen, um die gerade Richtung zu erhalten. Musik Schön gerade von der Wand weg, schön mit beiden Beinen vorwärts treibend an Zügen. Erstmal im Schritt über die Stange, oh genau, das macht gar nichts, einmal schön loben. Musik So genau, und dann machen wir das Ganze zuerst mal im Draht. Oh, sehr gut, sehr schön. Brav, oh brav. Jetzt fahren wir aber im Prinzip genau so fort wie am Freispringen. Schön mit einem kleinen Kreuzanfang, dass die Pferde schon zur Mitte kommen. Wir legen hier wieder schöne kleine Absprungstange vor, dass das Pferd sich nicht zu schwer macht und wieder zu nah dran kommt. Gerade werden, schön führen, mit breiter Hand, einmal was hinschauen lassen, sehr gut, oh. So, diesem Pferd helfen wir jetzt einmal mit einer sogenannten Trabstange vorweg. Legen wir circa auf 2,20 Meter, 2,50 Meter vor den Sprung. Um einfach dem Pferd, den Absprungpunkt, einfacher zu machen und vor allem genauer zu bestimmen. Gut, nochmal, ja. Oh, oh, das ist so. Diese Mittelstange am Sprung, das Pferd wieder so ein bisschen den Ehrgeiz nehmen. Schön abwarten lassen, ruhig immer auch wieder da mit der Stimme ein bisschen helfen. Und wieder durchfarieren, halt. Brrrr, 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 und loben. Sehr gut. Okay. Das war gut. Jetzt wieder mal ein. Sehr schön, sehr schön. Das war sehr schön zu sehen, wie das Pferd sich jetzt dann ein bisschen Zeit gelassen hat, den Körper mit benutzt hat und einfach mit drüber nachgedacht hat, wie es sich einfach einfacher macht. Okay. Ich habe das session? Es war gut. Ich bin ja nicht imig, als ich den Körper habe. Ich bin ja nicht imig. Ich bin ich genau, dass ich mich nicht name. Ich bin ich für einen Platz, auf dem ich es zu schnell dreim, aber, wie, wenn ich es nicht mehr, ist, ist. Vielen Dank.